Oha! 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 Servus! Hi! Alles klar? Und? Was geht's? Ich bin bereit für Ingolstadt. Oha, krass! Jetzt geht's nach Ingolstadt. Seid ihr bereit für Ingolstadt, Jungs? München! München! Kleine oder mittlere Kaffee? Mittlere Kaffee. Alle Kaffee. Also das? Und dann? Das war alles. 12 oder 54, bitte. Puh, heute ist Glückstag. Was ist los? Was ist los? Was war jetzt damit? Oh, das will die? Den mitnehmen. Guck mal, Chris ist Kassierer, Autofahrer. Wir machen das alles selber. Ich schmeiß es einfach wieder rein. Lässt ihr in den Kopf? Wir sind auf dem Weg nach Ingolstadt und Barney ist genervt, weil Chris genervt ist und weil Chris raucht. Was ich mir besonders wünsche ist heute, dass Basti mal was Intelligentes sagt. B******* Im Prinzip. Jetzt ist es egal, wer die rausgepiept. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Alles was passt, ist einfach rauspiepsen. 2 Minuten lang. Wir sind gleich da jetzt. Hier, furchtbar. Felix beleuchtet mich jetzt gerade. Und Basti, ich stehe vor dem Rampenlicht jetzt. Ist doch die einzige Rampe, die es da gibt in dem Laden. Kamera ist nicht so schön lowlight und hier ist kein Licht im Backstage, weil das ist auch außen. Ja, ich habe ein Licht gefunden. Ich brauche nur noch einen Schalter. Oh. Der ist ein Schalter. Pssssss. Barney tot. Ne, ist nix. Mach wieder, mach wieder. Okay, hat nicht funktioniert. Mach wieder. Es geht gleich Bühne aus. Ja, deswegen gibt es von innen und von Backstage so keine Aufnahmen wahrscheinlich heute. Das wird nix. Ganz kurzes, schnelles Fazit. Ingolstadt, es war saugeil. Es hat sich richtig gelohnt, auch nur wegen einer halben Stunde Playtime hierher zu fahren. Ich bin wieder im etwas mager beleuchteten Backstagebereich. Beziehungsweise meine Kamera ist tatsächlich nicht sehr geil, lichtstark. Es ist eigentlich, also man sieht schlechter auf der Kamera wie mit einem bloßen Auge. Da muss ich ein bisschen upgraden. Aber wie gesagt, Ingolstadt ist zwar geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir warten jetzt noch, wir bauen jetzt noch voll ab. Dann warten wir die Siegerehrung ab und dann sehen wir weiter, wie es für uns ausgeht. Ob wir weiterhin beim SPH dabei sind oder nicht. Wäre natürlich geil nach dem, was heute los war. Wie immer eine riesen Freude. Wir kommen gerne wieder nach Bayern und Umgebung. Es ist super. Geil. Dankeschön. ... Bis zum nächsten Mal.